Hallo und herzlich willkommen hier bei der Gorch Fock von D'Augustini. Mein Name ist Sebastian von Defcoff Modellbau und in der heutigen Ausgabe 43-44 werden wir diese Leiste hier grün einfärben. Wir werden den Bereich hier oben braun lackieren sowie die Leisten rocker farben und wenn noch Zeit ist werden wir in dieser Ausgabe noch das Heckroder einbauen. Falls ich das aber nicht schaffe verschiebe ich das auf die nächste Woche. Aber das werden wir dann sehen. Also ich wünsche euch wie gewohnt viel Spaß beim zusehen und wir sehen uns am Ende des Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.